Ich bin Brot. Das denken viele. Das hat mich mein ganzes Leben lang schon verfolgt und ich finde es sehr traurig, dass es einfach direkt nach dem Äußeren bei mir gegangen wird. Ich bin nämlich gar kein Brot. Steckt viel, viel mehr in mir drin, als es im ersten Moment scheint. Dennoch möchte ich diesem Klischee heute nachgehen und ein Spiel spielen, das bereits schon alle gespielt haben vor zwei Jahren oder so. Oh mein Gott, Marcel, du spielst die Spiele doch immer, wenn du sie schon lange... Nein, Ruhe. Ach du Scheiße. Ich bin der beste Mann, ey. Hier, ich überhole euch alle, ihr Loser. Oh oh. Okay, es ist also doch schwerer, als ich zunächst dachte, aber gar kein Problem, da ist er oben. Was? Oh man. Espektakular, wie man in Spanien sagt. Hm. Das ist ganz schön kompliziert, muss ich mal so sagen. Also ich habe schon einiges gespielt in meinem Leben, aber das ist definitiv eines der Spiele, die ich mit am meisten... Oh Gott, ist das anstrengend. So. Tutorial geschafft. Werde Toast. Hä? Los. Und... Ciao. Oh fuck. Ich bin Toast, ich darf nicht auf dem Boden liegen. Oh nein. Nein. Ach, da hinten in den Toaster muss ich. Ich bin Toast. Ich beschwüre mich jetzt selber. Zack. Und da ist es. Lecker. Ja, Mann. Komm schon. Na. Komm. So. 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 Nein. Scheiße, wie weit ist denn der Toaster weg, Mann? Wieso stellt man auch seinen Toaster so weit weg vom... Äh. Na ja. Oh Gott. Nein, nein. So. Oh. Nein. Wat, wat machst du? Jetzt darf ich hier natürlich nicht im Wasser landen. Das wäre, das wäre ziemlich ungenießbar. Oh Gott. Mmm. Okay, mit Schmackes. Scheiße. Scheiße. Okay, ich bin, noch bin ich genießbar. Noch bin ich genießbar. Aber es kann sich schnell ändern. Oh, scheiße. So. 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 Spider Toast. Spider Toast. Es ist ein Toast. Voller. Schmutz. Komm schon. Rob dich zum Toaster. Komm schon rein. Okay, wir müssen das anders machen. Und jetzt. Komm schon. Zack. Zack. Das muss doch eigentlich jetzt prinzipiell gehen. Ich hätte nie gedacht, das ist so schwer, es ist ein Toast zu sein. Aber man lernt ja nie, ne? Man lernt ja nie aus. Und so. Komm. Jetzt fall doch da rein. Wird das reichen? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich mich wieder komplett... Ich dreh durch, Alter. Gott, ist dieses Spiel anstrengend. Oh Gott. Nochmal. Warum macht man sowas? Ja, warum mache ich sowas? Ist ja mein eigener... Nein. Oh nein. Oh. Oh scheiß Dreck. Nein. 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 Schnell. Oh Gott, das ist so schmerzhaft. Jetzt kann ich alles nochmal machen. Aber was ist das? Warte, warte, warte. Was ist das hier? So. Ich bin jetzt unendlich genießbar, oder was? Unendliche Genießbarkeit ist einfach das, was ich liebe. Ich bin einfach immer noch lecker. Ich bin einfach ein leckeres, kleines Toast. Mh. Die Rosinen vom Boden, die sind immer noch am besten. Buh, 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 buh. Komm schon. Komm schon. Ich bin... Ich bin fast... Ich bin fast soweit. Nam, 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 nam. Ich kann ja nicht mal nach unten gucken. Oh, fuck. Mh. Ja, ich weiß. Was ist los? Alles fresh? Ich bin gerade Brot. Versuchen, so irgendwas zu reißen. Gott, nochmal jetzt. Toast würde so auch getoastet werden. Da kommt Hitze von unten und das ist doch normal. Ja, jetzt. Bitte. Nein. Bitte. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. 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 Ich bin Toast. Ich würde sagen, jetzt müssen wir wieder zurück auf den Tisch, oder? Ich mache mir übrigens mein Brot auch jeden Tag so. Ich hauche in meinem Toast magische Kräfte ein und dann läuft es selber zum Toaster. Aber ich bin so schlau und lichter Toast vorher in der Nähe vom Toaster und nicht auf der anderen Seite des Raums oder so. Oh lol, ich hätte noch L und R. Oh Gott, ich bin dumm, ey. Hä? Äh, wat? Wat zum Teufel? Wat? Wat zum, wat zum, wat ist dat hier, Alter? Oh nein. Komm, komm, komm. Ja, komm. Äh, geschafft. Zerschmettere alles. Los. Wow. Was für eine Aggression. Ich muss es rauslassen. Oh. Nee. Ich bin so wütend. Ich, äh, ja. Äh, weg mir damit. Scheiß Teller. Kacke hier. Alles weg damit. Was für ein Riesenspaß. Wuhu. Kaputt machen. Ja, dieses, dieses. Wat ist jetzt Käsejagd, Mann? Ich, ich. Das ist wie, als würde ich gerade einen Marathon laufen, Mann. Aber nur mit meinem Kopf. Finde den Käse. Da hinten ist der Käse, glaube ich. So. Nein, Käse, stopp. Ich, ich komme. Käse. 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 Wat? Die letzte, äh, Spielmodi ist schwerelos. Ach, du was zum Teufel. Äh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade die Quintessenz dieses Spiels nicht verstehe. Oder, ob einfach diese Art und Weise, wie man stabilen muss, mein, mein komplettes Hirn zum Platzen bringt. Alter, das ist so derbe. Oh, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Du bist einfach wahnsinnig. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick dazu geben, wie ich denn mich fühle und im Inneren... Ach, komm, scheiß drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es nicht sonderlich sehr gut gefallen, aber hey, das ist ja auch nicht das Wichtige an meinen Videos. Spiel ist ganz witzig, aber die Steuerung und das ganze Spielkonzept macht mich wahnsinnig. Deswegen tut es mir leid, ich kann... Es geht nicht mehr. Hier könnt ihr nochmal andere Videos schauen, ja, die letzten Tage. Abonnieren nicht vergessen. Und, äh, Patrione, vielen Dank an alle, die, äh, da Support machen und so. Wir sehen uns dann morgen in einem weiteren Video wieder. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und nicht vergessen... Brot ist Mord. Denkt daran.